hallo liebe leute lakoma grüßt euch zu einem neuen video so was sehen meine augen hier und zwar das miley pack maxi pack von eco schauen wir uns mal an so was haben wir denn hier achtfach sortiertes jugendfeuerwerk mal wieder was für die kleinen ein von denen sortiment von eco acht einzelne fontänen ja sieht sage ich mal sehr schön aus und gucken uns mal an zwei jahren auch eine coole verpackung macht was her wir haben wir einmal die white pine flower fontäne die red star silver pine fontäne die blue star font fontäne lemon pink fontäne red green fontäne die spider lemon spider fontäne und die silver nature und gold vulkan nicht nature sorry fontäne ja acht stück neem von 58 gramm insgesamt kategorie und hier oben f1 ab zwölf jahre ich glaube das ist sogar neu dieses jahr wenn mich nicht alles täuscht könnt mich gerne in den kommentaren verbessern ich würde sagen schauen wir uns an und dann sehen wir uns gleich zur zündung ist gleich so wir fangen an mit dem gold vulkan schauen wir mal was ja 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 und weiter mit dem silber vulkan der brennt auch länger hallo und weiter geht es mit dem red star silver pine so weiter geht es mit der lemon pink fontäne sehr schön so weiter mit der red green fontäne so weiter geht es mit der lemon spider fontäne auch hübsch so und die white pine flower und zu guter letzt die blue star fontäne so leute das war das smiley maxi pack von weg wo ja kurz noch zur brenndauer aber sehr schöne fontänen wenn euch das gefallen hat liebe leute dann abonniert den kanal damit ihr nichts verpasst die glocke aktivieren lacoma grüßt euch haut rein bis zu meinem nächsten video tschüss